Hi und ganz herzlich, 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 herzlich willkommen auf unserem Kanal. Ich bin Frieda und ich begrüße dich zu einem neuen Video, wie du schon gelesen hast, machen wir heute zusammen einen Persönlichkeitstest. Das heißt, hier neben mir steht mein Laptop mit den verschiedenen Fragen. Ich habe mich für den 16 Personalities Test entschieden und ich glaube, ich bekomme am Ende eine von diesen Persönlichkeiten zugeordnet. Man kann immer in einer Range von fünf, nee, von drei. Also man kann sagen, ob die Frage auf einen zutrifft oder nicht und das kann man abgestuft in drei Stufen machen oder man kann neutral antworten. Es ist eigentlich gar nicht so schwierig. Ich verlinke euch den auch unten, falls ihr die nochmal ganz alleine machen wollt und jetzt nicht mit mir zusammen, um dann halt eure Personality zu bekommen. Vielleicht können wir die ja auch vergleichen in den Kommentaren, falls ihr überhaupt dazu wisst. Und ich wollte auch nochmal ein großes, großes, großes Dankeschön sagen an alle, die mein letztes Video kommentiert haben, geliked haben und die nur dazu gekommen sind. Also das mit den langen Nägeln. Und die sind jetzt wieder kurz. Und Lila, meine zweite Lieblingsfarbe im Moment, würde ich sagen. Ja, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Es hat mich sehr gefreut und ich habe auch noch ein paar weitere Videos abgedreht. Ich hoffe, die gefallen euch auch. So, also wenn ich jetzt nach links schaue, dann schaue ich mir mal die Fragen an auf meinem Laptop. Und ich würde sagen, jetzt fangen wir auch wirklich an. Und zwar die erste Frage. Es fällt Ihnen schwer, sich anderen Menschen vorzustellen. Stimmt oder stimmt nicht? Ich würde sagen, auf jeden Fall stimmt es. Aber nicht allzu toll. Also ich mache jetzt mal bei der leichtesten Stufe von stimmt. Dann die nächste Frage. Sie verlieren sich oft so sehr an Gedanken, dass sie ihre Umgebung ignorieren oder vergessen. Ich würde sagen, das stimmt eher nicht. Auch nicht voll. Also manchmal kann ich mich schon in sowas reinarbeiten. Aber ich bin mir eigentlich immer sehr aware, was um mich herum passiert. Ich bin eigentlich eher die, die sich über alles und jeden Gedanken macht. Deswegen mache ich mal bestimmt eher nicht. So, die nächste Frage. Sie versuchen, Ihre Mails möglichst zeitnah zu behandeln und können einen unordentlichen machen. Ich glaube, man hat das auch schon in meinem What's-on-my-Phone-Video gesehen. Ich glaube, in meinem E-Mail-Postfach sind über tausend ungelesene E-Mails. Also das stimmt auf jeden Fall nicht. So, die nächste Frage. Es fällt Ihnen leicht, leicht entspannt und fokussiert zu bleiben, selbst wenn Sie unter ein wenig Druck stehen. Ich würde sagen, das stimmt auf jeden Fall eher. Also, ich bin eigentlich immer relativ entspannt, auch wenn ich Druck habe. Ich bin vielleicht nicht ganz so fokussiert, wie ich dann sein könnte. Aber ich würde schon sagen, das stimmt eher. Die nächste Frage. Normalerweise beginnen Sie keine Gespräche. Doch, ich würde schon sagen, das stimmt vielleicht jetzt nicht voll und ganz. Also, das stimmt voll und ganz nicht. Aber ich habe eigentlich nicht so das große Problem, ein Gespräch anzufangen. Vielleicht mit wildfremden Menschen dann schon. Aber das hatte ich früher als Teenie ganz, ganz, ganz extrem mit Fremden zu sprechen. Das ist so schwierig. Das kennen bestimmt einige unter euch. Aber ich würde sagen, jetzt ist es gar nicht mehr so ein Problem. Die nächste Frage ist, Sie tun selten etwas nur aus purer Neugier. Das ist irgendwie auch schwierig. Also, ich würde schon sagen, aber ich würde sagen, dass es mich auch viele Sachen irgendwie oft noch zurückhalten, einfach etwas auszuprobieren. Deswegen würde ich sagen, stimmt eher. Ja. So. Jetzt kommt die nächste Frage. Sie fühlen sich anderen Menschen überlegen. Ich würde auch sagen, schon manchmal ja. Jetzt nicht, dass ich denke, dass ich die tollste Person auf der Welt bin. Aber ich habe irgendwie oft das Gefühl, dass ich viele Menschen über viele Sachen noch gar keine Gedanken gemacht habe. Und in den Bereichen, wo ich mir dann schon Gedanken gemacht habe, da fühle ich mich dann schon irgendwie überlegen. Das hört sich halt echt fies an. Deswegen würde ich sagen, stimmt eher. Also, ich will mich auch oft unterlegen, aber doch. Organisiert zu sein ist Ihnen wichtiger, als anpassungsfähig zu sein. Ja. Es ist mir schon wichtiger. Aber ich kann es vielleicht nicht so gut ausleben, aber ich würde schon sagen, dass es mir wichtiger ist, ja. Sie sind für gewöhnlich hochmotiviert und voller Energie. Und das ist so eine schwierige Frage. Ich weiß nicht, ob ihr die beantworten würdet. Aber manchmal, jetzt auch zum Beispiel das Thema YouTube, manchmal bin ich so motiviert und habe vorgestern sechs Videos gedreht. Alle. Alle mit diesen langen Nägeln. Und manchmal kriege ich gar nichts zustande und will mich einfach nur im Bett verkriechen. Also, deswegen muss ich das, glaube ich, neutral beantworten. So. Ich hoffe, es ist jetzt ein bisschen ruhiger draußen. Es ist Ihnen wichtiger, dass niemand verärgert wird, als dass Sie eine Debatte gewinnen. Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich, wer das ist. Also, wenn ich die Person gut kenne, dann habe ich auch kein Problem damit lange zu diskutieren, bis ich gewinne. Wenn ich da denke, dass ich recht habe, natürlich. Aber... Doch. Ich glaube, es stimmt eher nicht. Also, ich glaube, ich würde schon lieber jemanden verärgern, als ihn irgendwie davon kommen zu lassen. Mit irgendeiner blöden Meinung. So. Wir hoffen mal, dass nichts Schlimmes passiert ist. Und machen weiter mit der nächsten Frage. Sie haben oft das Gefühl, dass Sie sich gegenüber anderen rechtfertigen müssen. Und ja, ich würde sagen, das stimmt. Ihre Umgebung daheim und am Arbeitsplatz ist ziemlich ordentlich. Da kann ich guten Gewissen sagen, das stimmt nicht. Ich liebe das Chaos. So. Dann, die nächste Frage ist, macht Ihnen nichts aus, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen? Und da würde ich sagen, nee, das stimmt nicht. Also, für mich ist das meistens sehr anstrengend. Ähm, wenn das nur ein paar Leute sind, dann geht das vielleicht. Aber sobald es mehr als fünf Leute sind, bin ich allgemein oft immer befordert. Sie halten sich eher für praktisch veranlagt als kreativ. Für mich ist das irgendwie gar kein Widerspruch. Weiß ich jetzt gar nicht. Also, ich würde beides sagen, irgendwie. Aber ich würde auf jeden Fall obviously sagen, dass ich kreativ bin. Also, stimme ich nicht zu. Andere schaffen es selten, sie zu verärgern. Das stimmt eher nicht, würde ich sagen. Also, ich bin schon ein emotionaler Mensch. So, Ihre Reisepläne sind normalerweise gut durchdacht. Äh, ich würde auch sagen, stimmt gar nicht. Also, ich fahre ja meistens so mit dem Bus weg. Und da entscheide ich frühestens ein paar Tage vorher, wo es hingehen soll. Oder wie die Route überhaupt ist. Ähm, ja, und kümmere mich um irgendwelche Corona-Sachen. Irgendwelche Tests, die man noch machen muss. Irgendwie unterwegs. Ähm, nee, deswegen stimmt auf jeden Fall nicht, dass die gut durchdacht ist. Wenn ich jetzt aber alleine irgendwo in ein entferntes Ausland fahren würde, dann würde ich das natürlich auch anders regeln. Ich glaube, da bin ich dann doch ein bisschen zu sicherheitsliebend. Es fällt Ihnen oft schwer, die Gefühle von anderen nachzuntinden. Nö, eigentlich nicht. Ich glaube, das ist etwas, was ich ziemlich gut kann. Also, was ich nicht gut kann, ist gut über mich zu reden, glaube ich. Es fühlt sich immer irgendwie komisch an. Ihre Stimmung kann sich sehr schnell ändern. Ähm, ja. Ja. Ich würde schon sagen, stimmt eher. Dann, bei einer Diskussion sollte die Wahrheit wichtiger sein als die wunden Punkte anderer. Ja. Definitiv. Ähm. Sie sorgen sich selten, wie sich Ihre Taten auf andere auswirken. Nee, da denke ich eigentlich die ganze Zeit drüber nach. Also, das stimmt nicht. Ihre Arbeitsweise ähnelt eher willkürlichen Energieschüben als einem methodischen und organisierten Ansatz. Ich würde sagen, das trifft sehr auf mich zu. Also, natürlich habe ich irgendwie durch meine, ähm, durch meine Anstellung, ähm, eine gewisse Ordnung. Aber alles, was davon, also alles andere ist sehr durch willkürliche Energieschübe definiert. Sie sind oft neidisch auf andere. Ähm, manchmal ja schon. Also, stimmt eher. Ein interessantes Buch oder ein Videospiel ist oft besser als eine Party oder ein Treffen mit anderen. Ne, stimmt eher nicht, würde ich sagen. Die Fähigkeit, einen Plan zu entwickeln und dabei zu bleiben, ist der wichtigste Teil von jedem Projekt. Stimmt absolut nicht. Also, natürlich ist es wichtig, einen Plan zu haben, aber es ist meiner Meinung auch wichtig, sich immer wieder zu hinterfragen, ob dieser Plan der richtige ist. Ähm, ja, deswegen würde ich sagen, nee, stimmt nicht. Man passt den Plan ja auch irgendwie immer an. Also, weiß ich nicht. Finde ich nicht. Ähm, sie verlieren sich selten in Tagträumereien und Gedanken. Ähm, das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, ich müsste neutral antworten, ich weiß es nicht. So, weiter geht's. Sie finden sich oft in Tagträumereien wieder, wenn sie in der Natur unterwegs sind. Ja, schon. Da gibt's ja nicht so viel anderes. Wenn jemand nicht schnell auf ihre E-Mail antwortet, machen sie sich Sorgen, ob sie etwas Falsches gesagt haben. Nee, eigentlich nicht. Ich hatte zum Glück sowas auch noch nie. Als Elternteil wäre es ihnen wichtiger, dass ihr Kind freundlich wird als intelligent. Also, ich würde schon wollen, dass man Kind freundlich ist, natürlich. Aber ich möchte auch nicht, dass das dann irgendwie ausgenutzt wird, diese Freundlichkeit. Deswegen ist mir, glaube ich, Intelligenz eher wichtiger. Aber halt auch nicht arrogant. Sowas ist irgendwie schwierig, aber ich würde sagen, eher intelligent. Sie erlauben anderen Menschen nicht, ihre Taten zu beeinflussen. Ö, doch. Also, auch wenn ich das manchmal nicht will, passiert das ja irgendwie trotzdem. Ihre Träume konzentrieren sich mehr auf die reale Welt und ihre Ereignisse. Ich träume meistens, wenn ich mich daran erinnern kann, träume ich meistens ganz verrückte Abenteuergeschichten auf irgendwelchen Schiffen oder Burgen. Auch manchmal sehr düstere Sachen. Also, ich habe auch schon öfter geträumt, dass mir nachstehende Personen sterben oder den Tod geschickt werden. Also, ich hoffe, das ist nicht die reale Welt. Also, Ihre Träume konzentrieren sich mehr auf die reale Welt. Stimmt nicht. An einem neuen, wir haben erst die Hälfte, oh Gott, immer ein bisschen zu liegen. An einem neuen Arbeitsplatz machen Sie sich schnell bei gesellschaftlichen Aktivitäten mit. Stimmt eher nicht, würde ich sagen. Sie improvisieren lieber, als sorgsam zu planen. Ja, stimmt eher. Ich kann das mit dem Planen einfach nicht so gut. Und es kommt irgendwie dann doch anders, wenn ich dann irgendwie doch Lust auf irgendwas anderes habe. Das kann ich irgendwie nicht planen. Ihre Emotionen steuern sich mehr, als dass Sie diese steuern. Das stimmt eher nicht, würde ich sagen. Ich kann auch gute Sachen wegschieben. Sie gehen gerne zu gesellschaftlichen Veranstaltungen, bei denen man sich verkleidet und auch Rollenspiele stattfinden. Das wird sich jetzt irgendwie ein bisschen sexuell an. Aber ja, schon irgendwie. Sie verbringen häufig Zeit damit, unrealistische und unpraktische Ideen zu überdenken, die jedoch faszinierend sind. Nein, eher nicht, würde ich sagen. Sie improvisieren lieber, als Zeit damit zu verbringen, einen detaillierten Plan auszuarbeiten. Das gibt es doch eben schon. Also ja, stimmt. Sie sind eine relativ ruhige und zurückhaltende Person. Stimmt eher, würde ich sagen. Manchmal bin ich auch ein bisschen aufgedreht. Wenn Sie ein Unternehmen hätten, würde es Ihnen sehr schwer fallen, loyale Mitarbeiter zu entlassen, die allerdings geringe Leistungen bringen. Ja, auf jeden Fall. Sie machen sich oft Gedanken über den Grund der menschlichen Existenz. Ja, schon vor allen Dingen natürlich auch meine Existenz. So ist das irgendwie für den Sinne, dass ich hier bin. Interessiert ja eigentlich sehr wenige Menschen. Logik ist normalerweise wichtiger als Herz- oder Bauchgefühl, wenn wichtige Entscheidungen anstehen. Ja, ich glaube schon, weil ich glaube manchmal, dass man so gefangen ist an Emotionen, dass man das dann später bereut. Aber ich kann das auf jeden Fall nicht. Also... Was ist das? Ah, ich glaube ein Flugzeug. Also... Ich höre dann doch eher auf mein Herz. Ihnen ist es wichtiger flexibel zu bleiben, als Aufgabenlisten zu haben und abzuarbeiten. Ja... Doch, es hilft mir auf jeden Fall. Listen helfen mir, weil ich halt so ungeplant und unstrukturiert bin, helfen mir eigentlich Listen schon. Wenn Ihr Freund Ihrer Freundin über etwas traurig ist, dann bieten Sie wahrscheinlich eher emotionale Unterstützung an, als dass Sie Möglichkeiten zur Problemlösung vorschlagen. Ja... 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 Aber ich versuche auch schon, eine Lösung des Problems vorzuschlagen. Aber ich mache mal... Ja, ja... Sie fühlen sich selten unsicher. Doch... Ich fühle mich oft unsicher. Sie haben keine Probleme damit, einen persönlichen Zeitplan festzulegen und sich daran zu halten. Doch... Recht zu haben ist bei der Teamarbeit wichtiger, als kooperativ zu sein. Eher nicht... Hören... Doch... Eher schon wahrscheinlich. Sie sind der Ansicht, dass alle Meinungen respektiert werden sollten, und zwar unabhängig davon, ob diese von Fakten gestützt werden oder nicht. Kommt drauf an, was man dann macht daraus. Also natürlich kann ich nicht beeinflussen, was jemand für eine Meinung hat. Aber sobald man die irgendwie in die Welt trägt und das einfach null fundiert ist, finde ich das ja ziemlich kacke, ja. Ähm... Ich muss mal neutral machen, glaube ich. Sie haben mehr Energie, nachdem sie Zeit mit einer Gruppe von Leuten verbracht haben. Nee... Stimmt eher nicht. Sie verlegen regelmäßig ihre Sachen. Es geht. Schon ab und zu. Sie stufen sich selbst als emotional sehr stabil ein. Ja, stimmt eher, würde ich sagen. Ihr Kopf ist stets voller unerfurchter Ideen und Pläne. Ja, schon manchmal stimmt eher, würde ich sagen. Sie würden sich selbst nicht als Träumer oder Träumerin bezeichnen. Mhm. Mhm. Doch. Ein bisschen. Es fällt Ihnen gewöhnlich schwer, sich zu entspannen, wenn Sie vor vielen Mitteln sprechen. Ja, natürlich, wie entspannt es sich denn da? Das ist eine Frage. Im Allgemeinen verlassen Sie sich eher auf Ihre Erfahrung als auf Ihre Vorstellungskraft. Ich glaube, ich habe in vielen Sachen noch nicht so viel Erfahrung, deswegen würde ich sagen, eher Vorstellungskraft. Mhm. Sie sorgen sich zu viel, was andere Leute denken. Ja, eher schon. In einem vollen Raum bleiben Sie näher an der Wand und meiden die Raummitte. Mhm. Mhm. Ja, würde ich sagen, das stimmt. Auch merkwürdig irgendwie. Sie neigen dazu, Dinge aufzuschieben, bis nicht mehr genug Zeit bleibt, um alles zu erledigen. Ähm, ja, ich schiebe Dinge immer auf. Ich kann irgendwie nicht zugeordnet machen, aber ich schaffe meistens auch alles. Also, das stimmt eher vielleicht. Sie sind sehr nervös in stressigen Situationen. Ja. Ja. Sie glauben, dass es lohnenswerter ist, von anderen gemocht zu werden, als einflussreich zu sein? Mhm. Ja, eher schon. Ich glaube, das macht mich dann schon glücklicher. Sie haben sich schon immer für unkonventionelle und mehrdeutige Dinge interessiert. Zum Beispiel, was Bücher, Kunst oder Filme angeht. Ja, stimmt eher, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt immer Nachbarn hört. Ich habe das Gefühl, der geht immer so. So aufhaken. In gesellschaftlichen Situationen ergreifen sie oft die Initiative. Nee, eher nicht. Kommt halt drauf an, wer mit dabei ist. Aber jetzt auch nicht sie. Ich bin fertig. Und mein Persönlichkeitstyp ist der Mediator oder die Mediatorin. Also ich bin zu 65% introvertiert und 35% extravertiert. Ich bin zu 60% intuitiv und zu 40% realistisch. Ich bin prinzipiell fokussiert, zu 58% und zu 42% logikfokussiert. Meine Taktiken sind weniger planender, so nur 20% und mehr suchend. Und meine Identität ist eher stürmisch zu 65% als durchsetzungsfähig. Das ist natürlich schade. Ich wäre lieber durchsetzungsfähig. Aber ich kann das stürmisch irgendwie auch gut verstehen. Klingt irgendwie wie in so einem Horoskop, wo man dann auch irgendwie denkt, ja, das passt alles, das passt alles perfekt zu mir. Ja, jetzt gibt es hier noch einen richtig schönen Text. Aber ich kann ja mal gucken, wer noch Mediator war Shakespeare. Björk, also die Künstlerin, Sängerin, Tolkien, der Autor Elisha Keys, Tom Hiddleston kenne ich leider nicht. Julia Roberts. Mir hat neulich, glaube ich, die lieben Mila. Ich weiß es gerade nicht mehr. Er hat es unter dem letzten Video geschrieben, dass ich aussehe wie Julia Roberts. William Whitsworth. Ich auch nicht Johnny Depp. Frodo. But Lord of the Rings. Und Arwen, auch von Lord of the Rings. Oh mein Gott. Anne, kennt ihr Anne of Green Cables? Das ist ein Buch oder ich glaube inzwischen gibt es auch eine Serie, irgendwie so eine komische Kinderserie. Eigentlich ist es eine Bücherreihe. Und die habe ich früher so geliebt. Hä, wie cool ist das dann? Okay. Ähm. Ja, auf jeden Fall war das jetzt ein sehr langes Video. Ich hoffe, das hat euch irgendwie trotzdem entspannt oder unterhalten. Je nachdem. Die Sonne ist jetzt auch... Also nicht, dass sie jemals da war. Aber sie ist auf jeden Fall jetzt noch mehr weg. Und ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ich glaube, es könnte sowas geben. Dann munkeln. Das ist gut. Dann machen wir in das Video wieder. Dann machen wir tค